Der Abgang einer Ikone Droht dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München der Abgang einer Ikone? Arjen Robben könnte es noch in dieser Transferperiode nach Italien zu Lazio Rom ziehen. Das italienische Fußballportal Lazio News24.com will erfahren haben, dass sich ein Transfer von Robben zu Lazio Rom anbahnt. Demnach gilt der langjährige Bayer in der römischen Führungsetage als perfekter Ersatz für Felipe Andersson, der Lazio in diesen Sommer in Richtung West Ham verlassen hat. Der 34-Jährige sieht zudem bereits mehreren Vereinen angeboten worden. Außerdem sei Robben bereit Gehaltseinbußen in Kauf zu nehmen. Das derzeitige Gehalt des Oldi taxiert das Internetportal auf 4,5 Millionen Euro im Jahr. Der FCB rufe eine Ablösesumme in Höhe von 13 Millionen Euro für den alternden Flügelflitzer auf. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich Lazio einen alternden Bayern-Star angelt. Bereits 2011 holten die Tifosi den damals 33-jährigen Miroslav Klose ablösefrei in die italienische Hauptstadt. Bayern stellt sich quer laut Sportbild-Informationen ist ein Abgang von Robben allerdings kein Thema in München. Der deutsche Branchenprimus plane weiterhin fest mit dem begnadeten Linksfuß. Erst im vergangenen Mai hatten mich der Niederländer und der FC Bayern auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrages um ein weiteres Jahr verständigt.